Nur weil man etwas gerne macht, heißt das noch lange nicht, dass man das auch wirklich gut macht. Ich spiele zum Beispiel furchtbar gerne Schlagzeug, aber weil ich einfach zu wenig Zeit zum Üben habe, ist mein Timing halt einfach für die Wurst. Zum Glück kann man sich von modernen DRWs mit Quantisieren helfen lassen und das Quantisieren von Mehrspuraufnahmen, wie sie bei einem Schlagzeug zum Beispiel anfallen, ist mittlerweile genauso einfach wie das Quantisieren von einer normalen Midi-Spur. Worauf du dabei achten solltest, welcher Punkt für alle DRWs gleichzeitig gilt und vor allem gleich wichtig ist und vor allem, was dabei rausgekommen ist, das erfährst du heute und wenn du dich dafür interessierst, dann bist du hier genau richtig. Ich bin Jonas vom Recording-Blog und los geht's mit dem Adventkalender. Mit freundlicher Unterstützung vom Music Store Professional. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast zu einem weiteren Video im Recording-Blog Adventskalender 2020 und wenn ich mal Lust habe, Schlagzeug zu spielen, dann mache ich das einfach. Es muss nicht unbedingt besonders gut sein, aber wenn ich mal eine Idee habe, dann muss die einfach aufgenommen werden, wie zum Beispiel dieses Stückchen AC-DC-Sound, den ich jetzt gerade aufgenommen habe. Vielleicht gucken wir mal kurz in meine Schlagzeugaufnahme rein. Ich habe ein wenig, wenn ich jetzt wieder gerne aufgenommen habe. Bis zum nächsten Mal. 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 Untertitelung des ZDF, 2020